So Leute, kurz vorab möchte ich noch sagen, zur Umstrukturierung meines Kanals. Wie ihr gesehen habt, ähm, habe ich alle Videos gelöscht, danach aber die zwei neuesten wieder hochgeladen. Das hat einfach folgenden Grund, weil ich, ähm, das alles, also wie gesagt, umstrukturieren wollte und, äh, mir die alten Videos einfach nicht mehr gefallen haben oder die alten Livestreams auch. Ich hoffe, ihr versteht mich oder ihr versteht, was ich damit ausdrücken will. Ich wollte euch jetzt nicht enttäuschen, ich will vielleicht ein bisschen was umstrukturieren, vielleicht mal wirklich Projekte angehen, wirklich Projekte weiterführen. Das war halt, ähm, alles ein bisschen ein Chaos am Anfang mit meiner ganzen YouTube-Karriere-Klaufbahn, wie man das, man kann es eigentlich keine Karriere nennen, ich das, ich habe hier einen kleinen Kanal mit ein paar Zuschauern. Aber egal, ähm, das soll's für, ähm, den ersten Teil gewesen sein. Und jetzt viel Spaß mit meinem Kanal-Trailer. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der Tat. Hier erwarten euch ganz verschiedene Arten von Videos, zum Beispiel Minecraft. Oh, das ist da was. Oder auch mal Skyrim. War das schlecht? Komm schon. Komm schon. Oder einfach, worauf ich einfach Lust habe. Ich bin euch einfach unglaublich dankbar für die 738 Aufrufe, die ich, ähm, mit diesem kleinen Kanal erzählt habe. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, einfach nochmal vielen Dank und ciao.